Hier sehen Sie den GAM 220 MF Professional, den digitalen Wickelmesser für Kapp- und Gehrungswinkel. Mit dem GAM 220 MF Professional berechnen Sie im Handumdrehen einfache Gehrungswinkel, wie zum Beispiel für Fußbodenleisten. Hierzu messen Sie den Eckwinkel durch flächigen Anlegen des Klapp- und Basisschenkels. Mit einem einfachen Knopfdruck berechnet der GAM 220 MF Professional den horizontalen Gehrungswinkel, welcher nun für die Kapp- und Gehrungssäge übernommen wird. Dank des präzise gemessenen Eckwinkels und der automatischen Umrechnung in den horizontalen Gehrungswinkel fassen die Leisten perfekt in die Ecke. Um zwei Werkstücke mit doppeltem Gehrungswinkel exakt aneinander anzupassen, sind zwei Messungen notwendig. Im ersten Schritt wird der Neigungswinkel gemessen. Mit einem Knopfdruck auf die Compound-MTR-Taste speichert der GAM 220 MF Professional den gemessenen Neigungswinkel. Nun legen Sie Klapp- und Basisschenkel zum Messen des Eckwinkels flächig an die Wände an. Mit einem weiteren Knopfdruck speichern Sie den aktuellen Eckwinkel. Drücken Sie erneut die Compound-MTR-Taste, um zuerst den horizontalen Gehrungswinkel zu erhalten. Diesen übernehmen Sie nun für die Gehrungssäge. Übernehmen Sie als Nexus den automatisch berechneten vertikalen Gehrungswinkel. Dank der exakten Berechnungen des GAM 220 MF Professional passen die Werkstücke perfekt zusammen. Um auch an schwer zugänglichen Stellen exakt messen zu können, gehört zum Lieferumfang des GAM 220 MF Professional auch eine Schenkelverlängerung. Präzise Gehrungswinkel auf Knopfdruck mit dem GAM 220 MF Professional. bis evento! Das ist jetzt in der Zige. Untertitelung des ZDF, 2020